Sie haben ja schon tausende Talkshows produziert, wie oft waren Sie schon in einer zu Gast? Ganz wenigen, das ist heute fast Premiere. Wow, hey! Man sagt ja über die Konstanzer manchmal, die können nur an Klassnacht lachen, jetzt sind sie auch noch Jurist, eigentlich präsentiert für die Fernsehunterhaltung. Also man muss ja sagen, Bio war auch Jurist. Also so ist es nicht. Als Jurist kann man ja alles werden, selbst Unterhalt und Chef. Ganz ursprünglich wollten Sie mal Psychiater werden. Ja, das ist ja was Ähnliches. Sie sind in der Anstalt gelandet, ja. Ja gut, also man kann jetzt nicht sagen, ich habe den Dr. Hirschhausen entdeckt. Bei mir hat er halt die erste große Show gemacht. Also ich meine, das wäre dann ein bisschen übertrieben, wenn man sagt, ich habe die jetzt alle entdeckt. Was mir aufgefallen ist, ist es ein wenig ein Frauen. Ja gut, jetzt kommt es. Jetzt kommt es. Ich habe Michelle Hutziger entdeckt. Ja, das stimmt. Das heißt, sie war, den ersten Auftritt mit einer Serie im deutschen Fernsehen war bei mir. Da bin ich sehr stolz drauf. Schulterbreit hinstehen und dann ganz langsam mit den Handflächen nach oben. Atmen, ganz langsam, ganz langsam wieder runtergehen, wieder langsam. Atmen, nach hinten. Atmen, nach hinten. Und das machen Sie, solange es Spaß macht oder bis Ihre Fäuse hier reinschmeißt. Ja. Ja, man merkt es aber schon, dass die Platte kleiner ist. Ja. Wissen Sie, was die höchste Quote war, die Sie jemals hatten? Ich weiß nicht, das meiste war, ich glaube, so sechs Millionen. Was für eine Quote war, weiß ich nicht. Sechs Millionen Zuschauer. Ja. Was war das für eine Sendung? Was wahrscheinlich verständlich war es. Die letzte, verstehen Sie, Spaß-Sendung war nicht so eine gute Quote, gell? Das hätten Sie nicht fragen müssen. Ja, das kann man ja im Fernsehen nachsehen. Aber das wissen Sie auch erst seit heute. Nö, das weiß ich schon länger. Was war da los? Weiß nicht. Zu viele Fragen in der Sendung. Ich kann nicht fragen, wenn ich lachen muss. Gibt es da Konsequenzen? Nächstes Mal keine einzige. Was kostet es denn, verstehen Sie, Spaß? Das war ein Vergessen. Geld schon, ne? Geld schon. Wie viele haben Sie schon davon produziert? 80. 80? Ja, ja, 8-0. Sie machen das immer opinierter, deswegen frage ich Ihnen nur eine Frage. Gibt es irgendeinen Gast, den Sie immer mal haben wollten und ihn nicht begonnen haben in der Show? Den ich schon immer haben wollte, ja. Jetzt fällt mir keiner ein. Nee? Doch, ich bin klein. Okay, vielen Dank. Dankeschön. Wow. Vielen Dank. Vielen Dank.